Hi Leute, ich würde gerne eine kleine Bewertung da lassen. Das ist ein Produkt, was ich mir vor zwei Tagen bei Amazon gekauft habe. Nehme ich den Warnplicker, also den transportierbaren Kaffeebecher. Er hält meinen Kaffee bzw. meinen Tee, den ich mir modelle, wirklich äußerst lange warm. Einige Minuten drücken, um zu öffnen, um zu treten. Den äußeren Ring, um zu schließen. So, einfach auslaufsicher. Ein richtig geiles zu sein mit diesem Gebüstenedelschal. Hat wirklich was Edles an sich. Und ich kann es wirklich nur empfehlen. Für die 19,90 € und daraufhin nochmal 25% für die nächste Bestellung. Toppreis, geiles Gerät, einfach nur empfehlen.